Dachmedien. Deutschland, Österreich und Schweiz. Zahlen der Bundesregierung zeigen, dass sich der Anteil ausländischer Leistungsempfänger in den zurückliegenden 13 Jahren weit mehr als verdoppelt hat. Der größte Teil von ihnen kommt nicht aus der Ukraine, sondern aus Staaten außerhalb Europas. Deutschland hat noch nie so viel Geld für Unterstützungsleistungen ausgegeben wie im vergangenen Jahr. Nach Angaben der Bundesregierung sind rund 42,5 Milliarden Euro für circa 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger aufgewendet worden. Nahezu die Hälfte von ihnen stammte aus dem Ausland. Der Anteil ausländischer Leistungsempfänger stieg zwischen 2010 und 2023 von 19,6 auf 47,3 Prozent und damit deutlich schneller als der Ausländeranteil in der Gesamtbevölkerung im gleichen Zeitraum. Der Anstieg der Ausgaben ist unter anderem auf die gestiegene Zahl der Leistungsberechtigten zurückzuführen. Im vergangenen Jahr bezogen durchschnittlich etwa 5,5 Millionen Menschen Bürgergeld, während es im Jahr zuvor noch 5,2 Millionen Hartz-IV-Empfänger waren. Zugleich hat sich die Zahl der Ausländer, die diese Leistungen bezogen, im gleichen Zeitraum verdoppelt. Im Jahr 2010 gab es rund 1,2 Millionen ausländische Hartz-IV-Empfänger, im Jahr 2023 rund 2,6 Millionen ausländische Bürgergeldempfänger. Die höchste Quote der ausländischen Leistungsbezieher verzeichnen den Angaben gemäß der Landkreis Gelsenkirchen und die kreisfreie Stadt Bremerhaven. In Gelsenkirchen bezogen 46,2 Prozent der dort lebenden Ausländer Bürgergeld, In Bremerhaven seien es 37,2 Prozent gewesen. Der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer hatte die Anfrage an die Bundesregierung initiiert. Er sagt, die Zahlen belegten, dass die Einwanderung in die deutschen Sozialsysteme ein statistisch belegter Fakt sei. Ausländer sollten seiner Ansicht nach grundsätzlich kein Bürgergeld mehr bekommen. Ausnahmen solle es nur für jene geben, die eine fünfjährige existenzsichernde Erwerbstätigkeit nachweisen könnten. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über Ihr Like und Abonnement sehr freuen.